Oberklassegeräte sind cool, aber eben auch teuer. Was passiert, wenn ein Hersteller den Rotstift an ein Oberklassegerät anlegt und so lange streicht, bis der Preis so in etwa halbiert ist? Das erzählt uns der Test vom Sony Xperia M4 Aqua. M4 Aqua. Das Wort Wasser steckt bei diesem Handy bereits im Namen. Bis zu 1,5 Metern Tiefe soll das Gerät im Süßwasser wasserdicht sein. Der USB-Anschluss ist ohne Abdeckung wasserdicht, SIM und MicroSD-Karte werden von einem Deckel geschützt. Anders als der große Bruder Z3 präsentiert sich das M4 Aqua nicht unter Glas, sondern unter Kunststoff. Auch für den Rahmen hat Sony dieses Material verwendet. Einen edlen Aluminiumrahmen sucht der Nutzer hier vergeblich. Trotzdem ist der Gehäuseeindruck insgesamt gut. Das Kunststoff der Rückseite ragt etwas hervor, Manche Nutzer könnten das als störend empfinden. Die Oberfläche ist nicht sehr griffig. Dieses Problem hat der große Bruder Z3 allerdings auch. Wem Haptik wichtiger ist als Farbe, die schwarze Ausgabe des M4 Aqua hat einen angerauten Rahmen und ist deshalb etwas griffiger als die weiße. Bei der Rechenpower wäre das M4 Aqua bis vor kurzem noch als Spitzengerät durchgegangen. Ein Snapdragon 615 von Qualcomm mit 4 1,5 GHz und 4 1 GHz Kernen macht ordentlich Dampf. Dazu kommen ausreichende 2 GB Arbeitsspeicher und eine Adreno 405 Grafikeinheit. Im Antutu Benchmark platziert sich das M4 Aqua so in der Nähe des Samsung Galaxy S4 und des Nexus 5 ziemlich weit oben. Das Gerät läuft auch in der Praxis sehr flüssig. 8 GB Speicher hat Sony dem M4 Aqua spendiert, davon ist nur die Hälfte für Daten und Apps nutzbar. Ohne Speichererweiterung per MicroSD geht also nicht viel, bis maximal 32 GB extra akzeptiert das Gerät. Das 5 Zoll Display löst nur mit einfacher HD-Auflösung, also mit 1280x720 Pixeln aus. Das klingt wenig, ist aber, wie so oft, ausreichend. Kontrast, Blickwinkel und Farben sind befriedigend, bei direkter Sonne lässt sich der Bildschirm etwas schwer ablesen, die Spiegelungen nerven, dieses Problem haben aber viele Smartphones. Die Kamera ist auch aus dem Standby heraus schnell aufnahmebereit. Mit den Lautstärketasten kann digital gesumt werden. Darunter leidet allerdings die Auflösung. 13 Megapixel hat die Hauptkamera, ihre Fotos sind detailreich und rauscharm. Die Automatikeinstellung hat Sony überlegene Automatik genannt und das ist keine Marketingübertreibung. Die Testfotos sind auf den Punkt belichtet und überzeugen durch gute Farben. Selbst dunkle Bildbereiche wirken gut ausgeleuchtet. Mit dem Datenturbo LTE ist das Aqua M4 zügig im Internet unterwegs. Im Empfangstest gab es keine Abstriche im Vergleich zu den Top-Modellen Xperia Z3 und Z3+. Auch Bluetooth 4.0, DLNA und ein UKW-Radio sind an Bord. Der Akku fasst 2400 mAh und hielt im Praxistest beim Surfen mit voller Bildschirmhelligkeit rund 5 Stunden durch. Wer das M4 so gut wie nicht nutzt, kommt mit einer Akkuladung 5 Tage über die Runden. Der Akku-Praxistest ist nicht mit dem Computerbild-Labortest vergleichbar, den das M4 Aqua nicht absolviert hat. Wie ist das Sony Xperia M4 Aqua also? Ich finde, diese Idee von Sony geht auf. Man spart an den richtigen Stellen. Das Display ist zwar weniger aufgelöst, ist trotzdem noch ausreichend scharf. Es ist nach wie vor wasserdicht. Das Design bleibt weitgehend identisch mit dem des Oberklassmodells. Also wer sich da nicht hundertprozentig auskennt, der kann die gar nicht auseinanderhalten. Denn abgesehen von so kleinen Unzulänglichkeiten am Gehäuse, wo das Z3 eben doch noch eleganter ist, kann man sagen, das M4 Aqua ist ein gutes Mittelklasse-Gerät und bietet Ausstattung, die dem Preis auch durchaus angemessen ist.